Erschieß mich. Nein, ich kann es nicht mehr. Mach schon. Wie geht sowas? Mit Magie. Ich vollführe dieses Kunststück auf eine Weise, wie es noch niemand auf der Welt je gesehen hat. Alle waren begeistert. Dieser Trick ist unübertroffen. Ein wahrer Magier versucht etwas Neues zu erfinden. Etwas, worüber sich andere Magier die Köpfe zerbrechen. Ich nehme an, du hast so einen Trick. Ja, allerdings. Einen, der mich unsterblich macht. Was ist passiert? Einen besseren Zaubertrick habe ich nie gesehen. Ich muss wissen, wie er es macht. Das ist kein Trick. Es ist echt. Jeder große Zaubertrick besteht aus drei Akten. Der erste Akt ist die Ankündigung. Der Magier zeigt etwas Gewöhnliches, aber natürlich ist es das gar nicht. Der zweite Akt ist die Wendung. Er ist besessen davon, hinter deinen Trick zu kommen. Der Magier bringt das Gewöhnliche dazu, etwas Ungewöhnliches zu tun. Nun sucht man das Geheimnis, aber man findet es nicht. Deshalb gibt es noch einen dritten Akt. Die perfekte Illusion. Der Teil, in dem sich alles dreht und wendet. Man sieht etwas, das man zuvor noch nie gesehen hat. Dieser Mann kann tatsächlich das tun, was Magier nur vorgeben zu können. Wahre Magie. Ich weiß, wer du wirklich bist. Du willst die Wahrheit? Nichts ist unmöglich. Abra Kadabra. Keine Geheimnisse mehr. Geheimnisse sind mein Leben.